ein herzliches willkommen zu einer neuen folge tankmechanikasimulator 2020 ich bin's wieder euer flogan tv heute am start ja wir machen natürlich jetzt erstmal wieder einen auftrag und warum machen wir aufträge ja weil die mehr geld reinbringen als eine restauration selber also panzer bringt das mehr geld rein und wir machen heute den tiger auf den dem was bei den auftraten sand strahlen und entrosten werden heute machen also ja 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 gut und schweißarbeiten können wir wahrscheinlich darum machen ach du jimini der panzer sieht ja sehr gefährlich aus der kriegst ja gleich mit der angst zu tun die leiter kann dann mal so verschwinden ein schönes bild erst mal von von diesem tank an diesem panzer vielleicht auch von einer perspektive mal gucken schauen wir mal so dann werden wir uns ja mal den drosten schnappen und mal gucken dass wir den in drosten kriegen ja er weiß was hier noch alles zu tun ist jetzt wahrscheinlich so einiges zu tun in drosten und machen und tun und reparatur aber wir sollen ihn ja restaurieren so dann gucken wir mal wie weit wir kommen wo das ja alles kennt kein schlimmer aus naja aber gut wir sind dafür spezialisiert als werkstatt weil wir die aufträge machen bringt das einfach mehr geld rein und dann können wir uns irgendwann unseren eigenen panzer restaurieren einen haben wir schon übrigens im ausstellungsraum stehen kann ich euch irgendwann demnächst auch noch mal zeigen und schnuckelt wie ich dann so denke irgendwann werde ich auch noch mal den bus simulator bus mechaniker simulator let's plane als selbst schon mal gespannt aber wann hatten wir das tun das ist dann die nächste frage wenn wir jetzt erst mal das kanonenrohr hier reinigen wollen wir ja nicht so viel machen ach der gute rost hier von der kiste man mag es sich gar nicht vorstellen aber der panzer hat beschuss röstlöcher aus welchem jahrhundert auch immer der kam ja man muss das erstmal alles hier drosten krempel ja was da so ran ist muss ja einiges gemacht werden es muss ja einiges gemacht werden wir können da ja nicht dem kunden einfach sagen ja lieber kunde sehen sie mal zu wie sie mit dem panzer klarkommen dann wird daraus sagen ja gut gehe ich in der nächste werkstatt viele werkstätten gibt es gar nicht wenn wir ein bisschen schweißen weil ihr seht ja die löcher einschusslöcher die rostlöcher lassen grüßen mal wieder heute mal wieder so wer liebt der schiebt sein panzer aber ich glaube so ein panzer zu schieben ich würde es euch nicht empfehlen so ein panzer zu schieben man könnte ein bisschen lange unterwegs sein dafür brauchen wir dann schon spezialtransporter lkw oder so den ihr dann benötigt mindestens um panzer aufzuladen so so dann machen wir das hier noch wieder die picobello sauber dann ja hier ist so einiges an dieser kiste verrostet entrostet werden musste das ist ja auch mal sachen die heile sind an diesem panzer wenn wir mal den panzer hier auseinander nehmen ja den motor nehmen wir mal raus hier den können wir auch mal ja entrostet in sand strahlen wie man es so kennt gut der motor ist auch nicht da dann best zum vorstand so dann können wir den gleich mal sand strahlen den motor warum machen wir das damit der wieder im originalzustand sein wird und wieder vernünftig ist naja ihr seht ja schon die beulen und schrampen hier in dem motor an die seite ist ja wieder wunderbar sein aber ihr seht ja der panzer ist ja mehr als schrott da haben wir hier motor deckel ja ihr seht ja hier muss alles gesandt schreit und gereinigt werden nach dojemine entrostet werden ja wenn man das alles entrosten tut dann bleibt ja wohl nicht sehr viel von dem panzer nach haufen schrott so aber ich sehe schon hier ist so einiges schrott muss da eigentlich alles auseinander genommen werden nur ich bin jetzt voll hier die kette aufzumachen so dann schauen wir mal dann nehmen wir mal den geschützturm ab und dann können wir gleich mal anfangen da noch zu entrosten das war die sand schreibpistole so wie ihr seht es ist so viel zu tun hier also man muss so viel machen und beachten und ja man müsste eigentlich den ganzen geschützturm auseinander nehmen aber ob ich das jetzt noch mache und den auseinander nehme überlege ich mir jetzt nochmal ernsthaft weil ihr seht ja wirklich sehr viel platz hat man nicht auf diesem rohr gut dann werden wir mal gucken was wir noch so zu entrosten haben weil das innere zum panzer muss ja auch entrostet werden muss ja alles gemacht werden damit ist die grund arbeiten es muss ja gemacht werden es hilft ja nichts leute wir alle rumjammeln und sagen dann scheiße sie so scheiße euch ja es hätte auch unser panzer sein können aber ja es ist alles schwierig fangen wir an den mal zusammen streiten hier fangen wir an den mal zusammen streiten hier und dann kann man noch einiges gemacht werden so aber ja nicht überall ran leider das ist das problem daran dass man an diese kiste leider nicht rankommt Deswegen müssen wir leider mal so ein bisschen so arbeiten, dass wir da überhaupt noch so rankommen. So, jetzt sieht der Geschützturm noch schon mal richtig schnieke wieder aus, weil wir einen Gesandstreit haben. Das hat die Bewirkung, dass das mal alles, was Rost entfernt worden ist, als er erst ist, entrostet und jetzt die Grundfarbe wegkommt, dann sieht man auch die Schäden, was ist an diesem Panzer überhaupt kaputt. Es ist auch meistens immer ganz wichtig, dass man mal sieht, was daran überhaupt Schrott ist und was nicht. So, das Ganze machen wir dann hier auch noch mal, fangen wir mal mit innen an. So, damit wir das hier mal alles ein bisschen sandstrahlen, so schicke machen, müssen wir wahrscheinlich auch wieder zusammensetzen und reparieren. Ich habe die Befürchtung, dass wir das da auch noch ganz kleben bleibt, die Arbeit. Aber gut, es ist halt eben so, wie es ist, man kann es ja nicht ändern. Aber er sieht gleich viel besser aus, wenn er Gesandstreit ist und alles schicke aussieht. Ihr seht ja, was das für einen Unterschied macht, wenn man das mal sandstrahlt. Das sind so massens die Aufträge, die man so ungern macht, aber naja, gut, der Kunde ist König, wie man es halt eben kennt, man sowas. Das sind auch ganz feine Körner, mit denen man rübergeht, um dann total so einen Effekt zu erzielen. Schauen wir mal. Ja, ganz schöne Arbeit hier. Halleluja. Na, da hat der Mama wirklich Arbeitseinsatz hier. So. Entrosten. Ja. Da sieht man, ob wirklich mal was Schäden sind, ob was nicht Schäden sind. So, mal eine Sandpistole. Also er sieht, äh, er sieht schon wieder ganz anders aus. Kann man sagen, weil er ja Gesandstreit worden ist. So, jetzt sollen wir mal gucken, was müssen wir jetzt noch machen. Wir müssen ihn mit der Grundfarbe ausstatten. Fangen wir mal hier an. Upsala. So, grundieren. Mal gucken, was wir hier noch haben. So, einmal, da ist noch so ein Loch, alles was so dunkel ist, kann nicht nur rotiert werden. So, jetzt haben wir das hier nicht wieder grundieren. Ich wollte kurz hier auch noch so ein Teil übersehen. Ist natürlich echt blöd, dass man hier noch so einiges machen muss an dieser Kiste. Gut. So, jetzt müssen wir auf dem Geschütztraum natürlich rauf, hier noch den restlichen Kram lackieren. Die Grundfarbe eigentlich rauftragen, das ist die Grundfarbe. Die denn nochmal so einen Schutz bietet dafür. Äh, ne. Ja, die sagen, die Schutz bieten dafür, dass der Panzer, ähm, gegen Rost und sowas nochmal ein bisschen empfindlich ist. Aber gut, das werden wir jetzt gleich noch machen. Mal gucken, ob das so möglich ist. Das Schweißgerät holen wir jetzt auch. Gucken wir mal, was da jetzt. Boah, Alter, da kannst du ja gar nicht hingucken, ey. So. 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 Ähm. Schauen wir mal. So, jetzt haben wir die Grundpistole, dann haben wir die, wo ist die Plattpistole? Ja. Und dann kriegt er natürlich seine, äh, Originalfarbe wieder zurück. Fangen wir erstmal an mit. So. Originalfarbe, kriegt er jetzt hier. Dann gelb. Sieht natürlich alles wie die Schnieke aus, ne. Ich muss mal sagen, wie die Schnieke aus. Gefällt mir so richtig gut. Als würden wir jetzt hier noch was vergessen haben, wär's wahrscheinlich für den Kunden. Hauptsache der Panzerfunktion und mit könnt er damit fahren. So. So, dann schauen wir mal, der Panzer, so, sieht schon mal ganz gut aus, so, kommt Grundfarbe hier drauf, ach ja, ist ja ganz schön, aber man muss da ja auch wieder ordentlich arbeiten, sonst sind die meisten Teile hier wieder Schrott, dann können wir die ganze Kiste vielleicht wieder vergessen. So, wenn wir das jetzt hier machen, dann sieht das ganz, ganz, ganz anders aus, ja, die Ketten werden natürlich auch nochmal gelackiert und so, ist natürlich klar, dass die natürlich auch so ein paar Farbsprühbrauchen, so, dann sind wir hier hinten, auch nochmal schön machen, oh, oh, das sieht schon mal wieder ein knallroter Panzer, der war gar nicht so schlecht eigentlich aus mit, also ich finde es jetzt nicht schlimm oder so, es kann auch nicht peinlich sein oder so, einfach so schlecht aus. So, dann haben wir das, 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 äh, fehlen wahrscheinlich noch die Hälfte der Teile fehlen wieder dann. So, dann machen wir das doch so, ähm, mit dem Motor setzen wir mal wieder rein, dann können wir mal wieder reinsetzen in den Motor, zack, der ist drin, äh, ja, gut, wer will schon mit dem Motor da, äh, knappe zu, äh, Affe tot, so. Wo ist denn die, die, die Farbpistole, naja, hab ich die nicht gelassen? Hallo, wo ist meine Farbpistole? Nicht steiner, als dass die, die hier verschwunden ist oder durch den Brustboden gefallen ist. Ne, doch, ah, bis eben. So, dann fangen wir mal an, hier, beströmen. Oh, das sieht ja mal richtig nice wieder aus. Guckt euch das an, wie das gleich wieder glänzt hier mit den Farben. Entrostet, leicht schickimicky gemacht hier, und, ja, so sieht das, so muss das doch sein, so muss ein Panzer aussehen, schick. Äh, man kann ihn ja wohl schlecht als Wohnmobil benutzen, aber, es ist eine rollende Blechbüchse, sagen wir es mal so. So, dann sieht der Zustand jetzt schon wieder mal ganz anders aus. So, dann schauen wir mal, ei, 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 die Ketten müssen ja auch mal wieder schön wieder aussehen. Gut, eine Seite der Ketten ist ja schon belegt. So, dann haben wir das, 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 das und dann sieht das auch schon wieder, oh, sieht guter schick aus. Jo. So kann sich ein Panzer sehen lassen. Oh, schön. Ich hab nicht gesagt, eine Verpistole ist das Rundefallen so jetzt. Gut, wir müssen natürlich jetzt noch ein bisschen was machen an dem Panzer. Aber das ist natürlich klar, dass wir ein bisschen was noch machen müssen an dem Panzer. Aber naja, gut. Es ist jetzt nicht viel, was wir machen müssen. Wir müssen ja nur hier den Geschützturm wieder raufsetzen. So, eigentlich sieht der ja schon so gut wie heile aus. Aber. So, können wir den eigentlich wieder reparieren und was muss denn jetzt gemacht werden an dem Panzer? Äh, ja. Ventilatorenantrieb. Kraftstoffpumpe. Achso, Kraftstoffpumpe. Äh, ja. Äh, Tiger. Irgendwas bestand hier mit Tiger, ne? Aufstand, Tiger. Äh, da, 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 da. Tiger? Ist es der? Oder ist es... Nee. Okay. Tja, ich weiß nicht, was das für ein Panzer ist. Äh, Tiger. H1. Gut, H1. Ähm. Ventilatoren. H1. H1, H1. Ist das hier der Panzer? Äh. Haufen. Gucken, ob wir da jetzt noch was machen können. Einbauen können. So. Ah, können wir nochmal einbauen und kaufen. Ventilatoren. Ja. Oh mein Gott, dass es mal wieder so spannend aussieht. Gut, Ventilatoren, schicke aus. Was? Was brauchen wir denn noch hier für? Da brauchen wir noch die Ventilatorenabdeckung. Äh, die brauchen wir auch noch. Ventilatoren, Kraftstoffpumpe. Ach so, die Kraftstoffpumpe. Kraftstoffpumpe. Oh, die haben wir hier auch noch irgendwie. Die können wir auch nochmal einbauen. Ist es ja nicht so, dass wir die einbauen können. Auspuff. Lüfter. Wo ist denn die Kraftstoffpumpe? Was 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 ist denn die Kraftstoffpumpe? Irgendwo muss die ja auch hin, ne? Auspuff. Was haben wir denn hier? Was ist geschützt? Da müssen wir... Plötzlich den Kotflügel noch anmachen. Gut. Sieht natürlich so ein bisschen so aus, als würde der nicht funktionieren. Aber er funkt. Kraftstofftank. Kraftstofftank. Das geht ja auch noch. So, dann haben wir das hier einmal. Einmal. So, was wollen wir denn? Kühler, ne? Abschlappleine. Ja. Geh mal. Sitzt das Gesch... Was braucht der denn jetzt noch? Er braucht... Lüfter. 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 Da. Lüfter. Dann kommen wir jetzt noch ran hier. Dann geht das wieder. So. Abschlappleine brauchen noch. Ne, oh ne, oh ne. Abschlappleine brauchen noch. Das ist ja natürlich... Eigentlich sollten wir die nur restaurieren. Aber gut. Leute. So. Kommt das auch noch ran. Ich könnte sich freuen. Dass der auch wieder gut aussieht. So. Dann kann er seinen Sinn sehen. Frieden gefunden der Kunde. Über den Kunden. Über den Kunden. Das eigentlich auch wieder... Aber wir sind bei 48. So. Dann werden wir mal den abschließenden Auftrag. Ja. Ich hoffe es hat euch mal an der Stelle wieder super gut gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Oder ein Like. Oder ein Kommentar, wie es euch gefallen hat. Schreibt doch mal rein. Ihr das so den Simulator... Mechanica Simulator so findet. Würde mich mal interessieren, ob ihr auch viel Spaß habt oder so. Oder ob ihr das auch gerne zockt. Schreibt es mal in die Kommentare. Ich hab's schief. Dann großen Dankeschön fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao. Ciao.